Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut Video. Heute Ping-Pong-Pack, ein Arcade-Stil-Pack mit RPG-Elementen und Strategie. Ihr steuert Bumper, um den Ball im Spiel zu halten und jedes Feld zu entfernen. Dabei sammelt ihr Punkte für Upgrades und habt sogar Boss-Battles hier und da. Das Spiel ist gesponsert von Catapult bei Indie Boost und die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Angeschaut Video. Heute Ping-Pong-Pack, das Ganze ist gesponsert von Catapult bei Indie Boost. Ich habe es wahrscheinlich schon im Intro gearbeitet. Neues Game, das Game gibt es auch für die Playstation 5. Ich habe es wahrscheinlich alles schon gesagt, also tut mir leid, wenn ihr das öfters hört. Dual Stick Controls and L moving left, stand right, move bumper. Left, right, move left, stick up and down, what hältst du bump up? Okay, die Shooter, I'm using L2L3. Okay. Beat the Level, get 22,000, 22,000 Points. 280,000 Points, clear all Packs. Okay, wir testen es. Okay. 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 Damn, den da oben habe ich gar nicht gesehen. Aber wir haben ja noch ein paar Bälle. Der war schlecht. Ja, okay. So kann man es auch komplett verschießen gerade. Oben ist gone, damn it. Wir haben... Ne, wir machen nochmal. Wir machen nochmal. Now you're hooked. Das ist tatsächlich richtig. Das ist tatsächlich true. Wow, okay. Alter. Ja, come on. Wir haben keine Dinger mehr, leider. Das war natürlich schlecht. Wir haben Skillball. Display Freeball... Freeballpack. Three Points. Wir haben einen Point. Haben wir irgendwas für einen Point? Ballskills. Balltrail. Let's go. Was machen wir? Wir gehen mal in Level 2 rein. That's better. Okay. Das war doch schon mal ganz gut. Gut. Ich sehe den Ball nicht mehr. Der war close, aber da geht er hoch. Aber wir haben noch ein paar Bälle. Oh, damn. Der kam runter. Der war schön einfach hin und her gebounced. Wir gehen weiter. Aber cooles Game. Ich mag diese Dinger ja. Ich habe auch gerne so... Ich weiß gar nicht mehr, wie das andere Game hieß damals. Das ist der Ball. Manchmal finde ich es aber hart, den Ball zu verfolgen, tatsächlich. Aber cool. The Wall changed, aber da leider nicht mehr. Das war eine gute Punktezahl. Gute Punktezahl. Schade. Okay. Straight rausgeballert. Oh, what fakes. Dafür ein Achievement ist natürlich auch gut. Habe ich gewusst, deswegen habe ich es gemacht. Damn it. Oh, Leute. Zweimal das gemacht. Okay. Rotate Bumper, Bottom Bumper und Top Bumper. Okay. Skills. Wir sparen mal. Okay. Das haben wir ja leider nichts mehr, was wir tun können. Das ist eine strange Musik gerade. Gerade der geht hoch. Ah, zieh. Okay. Okay. Das ist schlecht, was ich hier gerade mache. Einfach nur hin und her. Okay. Okay. Aber wir haben das Level immerhin geschafft. Reverse Gravity Packs. Ja. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Weil dann wissen wir genau, wann es hoch und wann es runter geht. Okay. Aber wir sind trotzdem, trotzdem zu lahmarschig. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Jo. Da komme ich nie wieder hin. Also wieder Level Failed, ja. Moment. Nein, nicht ein New Game. Wollte Continue machen. Okay. Können wir nicht. Verdammt. Das war mein Fail. Jetzt kriegen wir auch die ganzen Dinger neu. Näh. Ja, wie er da einfach hochklatschelt. Next. Jetzt gucken wir, wir brauchen ein paar. Ja, ich mache gerade keine guten Bälle. Schade. Aber der war gut. Das war ein guter Ball. Ist auch so dumm, was ich da eigentlich mache. Ich habe keine Ahnung, wo der Ball hingeflogen ist. Okay, let's go. Clear all Packs werde ich nicht einmal schaffen, glaube ich. Bäh. Ja. Ja. Eine Ahnung, wie wir den noch bekommen haben. Und der geht dann straight nach oben. Ja, ach komm. Wenn er nicht immer straight dann weggehen würde. Wir haben irgendwie den noch getroffen, da unten. Ja, der geht auch wieder straight nach oben weg. Okay. Ähm. Den brauchen wir mal. Ja, aber der war gut. So ein guter Mann, der nicht. Na, er trifft den. Nein. Dann will ich nochmal mehr probieren. Ja, keine Ahnung, wo er hingeht. Oh lol. Oh lol. Direkt runtergeschossen. Na gut, ne. Achso, jetzt haben wir nicht mal das Level geschafft. Okay, ne. Nochmal. Der war nicht schlecht. Und er fällt dann direkt da raus. Oh lol. Ja. Ja. Ich bin zu langsam dafür, ne. So, continue. Level 5, bitte. Manchmal habe ich so einen, so einen richtig, richtig lucky, äh, einen Marsch. So, und danach ist er eigentlich vorbei. Danach mache ich nix mehr. Da links war der Ball. Ich habe den, habe den, äh, Ball tatsächlich nicht mehr gesehen. So, Level 6, let's go. Da war er. Ab und an ist halt echt hart zu sehen, wo der Ball ist. Es sind sehr viele Effekte. Aber nichtsdestotrotz sieht natürlich auch hübsch aus, ne. Mit den ganzen Effekten, das muss man sagen. Wo ist der Ball? Level failed. Wie viele Punkte hatten wir? 166 nur. Ohne Witz, manchmal weiß ich wirklich nicht, wo der Ball ist. Ich verliere dann den Ball außer Augen. So wie da, da passiert so viel, ja. So viel. Fällt. Ja genau, sowas brauche ich öfters. Der hat rasiert, der Ball. Und dann verpasse ich ihn. Aber solche Welle brauche ich öfters, die komplett durchgehen. Schade. Aber diesmal haben wir das, äh, Level geschafft. Genau, rausgeschossen. Aber Level cleared. Level ist cleared. So, wir machen den Free Ball Pack, nehmen wir auch mit. Und dann können wir ins nächste Level gehen. Da ist der Ball, okay. Ich mag die Musik tatsächlich. Äh, die Gravity. Gucken wir, ob wir den dürfen. Ne. Den haben wir getroffen dafür. Ja, wenn wir den Free Ball kriegen, dann ist das natürlich strong. Level cleared. Easy. Das ist halt nützlich, ne. Das ist echt nützlich. Free Ball. Uh, ja, perfekt. Free Ball ist da. Oh Gott, ja, der hittet. Jakob, nein. Oh, jetzt hätte ich nicht drauf geachtet, wo der Free Ball war. Ganz da links unten. Okay, den würden wir eh nicht bekommen in der Hinsicht. Immer noch ganz links da unten. Hoffne. Aber den, den Free Ball? Ne. Doch. Den Free Ball kriegen wir auch noch. Hehehehe. Oh shit. Oh. Okay. Aber wir haben es gecleared, ne. Wir haben es gecleared. Wir haben auch gut Punkte gemacht. Level 9. Level 10 kriegen wir am Boss, habe ich gesehen, ne. Digga. Manchmal auch einfach nur schlecht, was ich da mache. Den schieße ich straight runter. Den tendenziell auch. Und da hätte ich den Free Ball haben können. Ja, den retryen wir. Nur 75.000, die wir brauchen. Wird für mich aber eine harte Nummer, sage ich jetzt ganz ehrlich. Einen, einen getroffen. Immerhin da haben wir den Free Ball. Wir sind bei 59.000. Oh, Level cleared. Easy. Wir brauchen für die Boss Skills, brauchen wir halt auch viel, viele Punkte, ne. Level 10. So, wir haben die Feed Demon. Defeat the Demons. Okay, das wird hart. Wir fangen links an. Okay, da haben wir zumindest schon mal gut getroffen. Oh, ich habe vergessen, mich zu moven. Ah. Keine Ahnung, wo der Ball da war. Ich bin mir nicht sicher, ob er jetzt down ist. Nee. Vielleicht fangen wir doch mit dem Rechten erstmal an. Okay. Das muss halt klappen, ne. Wenn das klappt, dann ist easy. Wenn wir den irgendwie reinkriegen, den Ball. Ja. Wir müssen den halt reinkriegen. Ja, wenn er sich den Weg da reinbahnt, dann machen wir den auch locker mit einem Ball, ne. Okay. Okay. Ja, viele Links gerade. Ja, perfekt. Easy. Okay, man muss ihn nur, nur reinballern. Multi-Ball, Multi-Ball-Unlock. Let's go. Den nehmen wir doch auch gleich. Hallo? Darf ich den nicht kaufen? Ich komme da gerade nicht rüber. Ich würde nämlich gerne. Jetzt darf ich rüber. Reset-Skills. Oh no. Quick Play. Aber jetzt muss ich, jetzt wurde mir der Ding einfach genommen. Mein Multi-Ball. Ja, das ist halt, ne. Müssen wir kurz gucken. Da räumt er auf. Da fällt er allerdings runter. Nicht schlimm. Ah, haha. Ein Ball nur noch. Ja. Der geht gut rüber. Let's go noch mal. Er ist drin. Reicht nicht. Der ist aber down. Ne. Noch nicht ganz. Wir hatten gerade so viel Glück, ne. Weil das er nicht down ist. Ah, es ist gerade nicht gut, was ich hier mache. Wir fangen nochmal bei dem linken an, glaube ich gerade. zweimal perfekt durchgeschossen, ohne überhaupt was zu machen. Okay, krasser Boss-Fight, krasser Boss-Fight. Und, ähm. Die Frage ist, wenn wir jetzt... Ja, wenn wir jetzt, äh, mitmachen, continue. Dann auf Level 11 zu greifen, gucken wir mal einfach. Entschuldige Musik. Was ist der Ball? Aber der geht runter. Kann der noch viel bohlen? Nein. Oder unten wäre er gewesen, tatsächlich. Ne. Ne, wir haben immer noch Defeat, äh, Defeat the Boss. Guck mal an, wir können jetzt, äh, den Size auch erhöhen. Dann sind die wahrscheinlich größer, meine Bumper. Aha. Ach, jetzt können wir die tilten. Verstehe. Das ist natürlich cool, ja, okay. Keine Ahnung, wo der Ball ist, aber wir haben eine Freeball. Oh, das war dumm. Level cleared. Okay, next. Mal gucken, wie das Level noch ist. Das ist auch das letzte... Oh, geil, drei Zecke. Äh, das ist das letzte Level, was wir jetzt erstmal machen. Mit dem Freeball? Uh. Uh. Ne. Der Freeball wäre strong gewesen. Bin ich ehrlich. Der hätte mich drüber gefreut, hätte ich mich... Jo. Der geht zu schnell. Bei dem Freeball könnten wir... Ne, ich bin nicht gut genug, den zu treffen. Level fällt leider. Aber... Das war Ping-Pong-Pack. Geiles Game. Gibt es für Playstation 4, Playstation 5? Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Schaut doch gerne bei Twitch vorbei. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Mich bei mir im Auftrag des Zusehen. etc. Zum Haar Miss. Tschüss. 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 – Ciao. budgetatoren. Untertitelung des ZDF, 2020